In der heutigen Zeit muss alles möglichst schnell gehen. Man hat ja auch immer mehr Autos auf der Strasse, das macht den Verkehr so hektisch. Und schliesslich müssen wir etwas effizient sein. Und die Folge ist, viele Leute rennen um wie die Wilden. Aber nicht alle. Zum Glück hat es in dieser aufgeregten Welt auch die gemütlichen. Die, die das Leben langsam angehen, bedächtig, die durchatmen. Die, die sorgfältig sind und langsam. Ich glaube, auf diese Leute sollten wir achten. Mir selber fällt ja das langsame Leben auch schwer. Ich bin einer einer der schnellen. Okay, das hat ein paar Vorteile. Manchmal muss ich mich selber bremsen. Schritt zurücktreten, durchatmen, nichts machen. Weil es langsam sein eben doch der Besserweg könnte sein. Mir hilft natürlich die Verwurzelung, die ich im Glauben habe. In der Bibel findet die ganze Bibel keinen einzigen Aufruf zum Jufeln. Und es steht auch nirgends etwas von effizient sein. Aber dafür steht ganz ein Haufen über den Sabbat. Sabbat ist der Ruhetag. Ich meine manchmal, Gott hat wirklich Humor. Ich weiss nicht, wie mir Zeit reicht. Und Gott sagt mir, einen Tag pro Woche reservieren, zum Fuulenzen und zum Beten. Das hilft. Das ist wirklich wahr. Wenn ich mir einen Tag wirklich so nehme, das tut gut. Und hilft mir, langsamer zu sein. Oder dann habe ich im Jakobusbrief noch einen ganz steilen Satz gefunden. Dort steht, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Da ist auch etwas dran. Beim Ahnenlosen, beim Reden miteinander, ruhig ein wenig Gas geben. Aber dann ganz, ganz langsam mit den Gefühlen. Um langsamer zu werden, hilft mir den Kanonengedanken aus der Bibel. Das ist der Gedanke von der Fülle. Du musst dir das einmal vorstellen. Alleine heute, allein heute habe ich 24 Stunden zur Verfügung. Und von diesen 24 Stunden, habe ich im Vorweck einmal 8 Stunden reserviert, wo ich verschlafen möchte. Und es reicht immer noch. Wenn ich sage, ich lebe aus der Fülle, dann glaube ich, es hat genug. Einfach genug. Auch genug Zeit. Es gibt genug Zeit. Und da kann ich doch ganz entspannt die Haltung einnehmen und sagen, es hat ja genug. Es reicht. Jetzt möchte ich lernen. Ich möchte lernen, es gibt genug Zeit, um langsam zu werden. Genug Zeit, um abhocken, auch mal ein wenig Musik zu hören, nichts zu tun, den Vögel zu hören. An alle, die sich heute gehetzt fühlen, probieren wir mal.